Es geht um Meinungsvielfalt, es geht um Freiheit, es geht darum, dass wir dann nicht nur daran glauben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sondern dass wir sie verteidigen. Weil sie ist ja antastbar. Das ist ja nicht so, dass sie nicht antastbar ist. Wenn man Kinder dazu zwingt, Maske im Unterricht zu tragen, wenn Elternräte sich durchsetzen, sagen, selbst in den Pausen dürfen Kinder nicht trinken, dann ist das ein Verbiegen, das ist eine Straftat meiner Meinung nach. Und da muss ich sagen, Leute, da seid ihr über das Ziel hinausgeschossen, aber ihr seid eben durch Propaganda reif geschossen worden, dass ihr sogar Körperverletzungen in Kauf nehmt, um eure Kinder zu schützen. Aber das bringt uns nichts, nur darüber zu diskutieren. Diese Menschen erreichen wir eben nicht mehr durch Argumente, die erreichen wir anders. Wie? Und das ist genau, da habe ich die letzten Wochen und Monate, wir müssen die Leute nicht nur informieren, weil wir sie damit desillusionieren. Wir müssen sie auch motivieren. Wir müssen sie begeistern, für eine andere Welt ist möglich, aber sie muss erstmal in deinem Kopf möglich sein. Wir müssen als Pioniere andere Pioniere treffen und angstfrei vorangehen und sagen, was passiert denn da? Alles, was dir passieren kann, ist neue Erfahrung. Um die Alternativlosigkeit, die uns suggeriert werden soll, zu durchbrechen, müssen wir halt Alternativen zeigen. Wir müssen die Alternativen zeigen und wenn eine Kanzlerschaft dadurch besteht, dass sie ständig in der Demokratie von Alternativlosigkeit spricht, hat sie die Demokratie nicht verstanden. Man muss aber auch sagen, eine Bevölkerung, die sich das über so viele Monate gefallen lässt, muss sich selbst die Frage stellen, was mit der Bevölkerung los ist. Ich verstehe, wie die Mechaniken funktionieren. Trotzdem muss sich irgendjemandem die Frage stellen, wenn Herr Söder am 18.03. auf seinem Twitter-Kanal zu einer Straftat aufruft und die Justiz kommt nicht in die Spur, da stimmt was nicht. Also wenn er sagt, wenn AstraZeneca zugelassen werden sollte, gibt es ja Riesenprobleme, dann sollte der möglichst verimpft werden. Wenn er aber nicht zugelassen werden sollte, wenn die Behörde sagt, ist zu gefährlich, dann sollte man ihn nicht wegschmeißen, sondern er fordert alle Ärzte auf, ihn auf eigenes Risiko zu verimpfen. Was heißt auf eigenes Risiko? Auf das Risiko der Patienten? Moment, das ist Auffordernung zu einer Straftat. Das ist Wahnsinn. Und wenn ein solcher Mann auch noch angesehen wird, da stimmt irgendwas nicht. Und da stelle ich mir die Frage, was ist mit der Bevölkerung inzwischen los, dass sie so obrigkeitshörig ist, dass sie das einem durchgehen lässt. In diesem Staat stimmt schon sehr vieles nicht mehr. Ich rede nicht darüber, dass wir einen Veterinärmediziner haben im RKI, einen Drosten, der noch nie einen Patienten gesehen hat, sondern einen Bankkaufmann im Gesundheitswesen. Das alles ist schon Wahnsinn. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen, Demokratie einzuführen. Weil es gibt ja keine Mietspracherecht mehr von der Bevölkerung, sondern es gibt nur den Hygieneschutz. Und der neue Hitler, der müsste nur sagen, Hygieneschutz und könnte durchmarschieren. Also das ist genau der Punkt, an dem wir sind. Die Frage ist ja auch, wie kriegt man jetzt einen Wandel hin? Weil das ist ja alles geisteskrank, was wir hier gerade waren. Wandel kriegt man durch Wandeln hin. Ja. Die einen sagen, wir brauchen die Mehrheit. Die anderen sagen, das lässt sich juristisch zu Fall bringen. So. Andererseits mit unseren Gerichten habe ich ja inzwischen auch schon ein paar Zweifel über die Mainstream-Medien, die verhindern, dass die Menschen, wie soll ich sagen, an Demokratiespiel wirklich teilnehmen können, weil sie müssen ja Alternativen auch gezeigt bekommen, um zu entscheiden. Ja. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also der Wandel ist ein Tiefgehender. Ja. So. Und die Frage ist, ob wir den Plan folgen, den die Missetäter uns quasi vorlegen oder ob wir einen eigenen Plan haben. Es gibt kein überzeugendes Argument, als es selber zu tun. Und wie sehr wir Propaganda-Opfer sind, können wir daran erkennen, wenn wir hier ein paar Meter runtergehen, gibt es dieses große Bild, wo dieser DDR-Soldat mit seinem Helm über diesen Zaun drüber springt, wo die Mauer nicht fertig ist. Und ich betrachte mich selbst auch als so jemand. Ich war noch nie Soldat. Also ich habe immer was Soldat. Ja. War Soldat. Ja, aber ein Soldat soll ja ohne ein langes Denken alles tun. Sondern ich muss jetzt diesen Zaun der Energie überspringen und lande auf einem anderen neuen Land. Und das ist ein freies Land, auf dem ich mich frei bewege. Und wir sind, wie gesagt, alle Eponiere, wenn die auf die Welt kommen, fordert man uns nicht auf, sprechen oder laufen zu lernen. Das machen wir uns aus uns heraus. Das tun wir. Das ist der Mensch. Und wir lernen dann über unsere Bildungssysteme, werden wir immer mehr mit Schallklappen versehen und werden immer ängstlicher. Wir kommen aber nicht ängstlich auf die Welt. Wir versuchen uns zu orientieren, lächeln die erste Person an, weil sie sagen, hey, schön hier sein, die sind bestimmt mir wohlgesonnen. Und dann sagt man uns, je länger wir, das ist aber alles ganz gefährlich. Der Mensch kommt mit Vertrauen und Liebe und Zuversicht auf die Welt und dann wird ihm von den anderen gesagt, du, das ist aber eigentlich, du bist sehr naiv, das ist alles ganz, ganz gefährlich. Die uns diese Angst machen wollen, die wollen uns in einem Gefängnis halten. Aber was wir im Moment verstehen müssen, dieses Gefängnis lässt sich die paar Politiker ja nicht organisieren. Es funktioniert nur, wenn wir den Käfig von innen zuhalten. Wenn wir ihn von innen zuhalten, wenn wir das Homeoffice für uns selbst machen und rausgucken, ob einer, dann funktioniert das. Es ist ein Trick, es ist ein riesen Täuschungsmanöver. Ich habe keine Angst. Und ich sage es ganz ehrlich, ich lasse mich auch nicht mehr regieren. Ich lasse mich durch diese Leute, die in allen Punkten dümmer sind als ich, nicht mehr regieren. Weil ich würde es mit jedem im Kanzleramt für eine Diskussion aufnehmen. Die haben keine Ahnung. Das sind eine Gruppe von ahnungslosen Menschen. Wirklich ahnungslos. Deswegen die Frage, die man sich als Journalist ja stellen muss, ist, warum hat es der öffentlich-rechtliche Apparat nicht geschafft, die Koryphäen, was Virologie angeht, an einen Tisch zu bringen bei Lanz, Anne Will oder X. Das machen Sie doch, wenn irgendwo Reiche und Schöne heiraten, wird es doch auf beiden Kanälen übertragen. Was ganz wichtig ist. Warum nicht Herrn Drosten, Herrn Wieler, Bhakti und Wodak an einen Tisch? Die sollen doch mal reden. Wer das nicht will, will etwas vermeiden, nämlich Diskussionen, also Zweifel. Und wer Diskussionen und Zweifel in einer Demokratie unterdrückt, ist kein Demokrat.